Mit der Sylt-Fähre gratis von Sylt-Abreisen, das geht vom 17. bis zum 23. Februar. PKWs, Wohnmobile und Wohnwagen werden in diesem Zeitraum gratis von Sylt nach Hauneby befördert. Die kostenlose Fahrt gilt bei der Vorlage eines gültigen Sylt-Shuttle-Tickets, passend zum jeweiligen Fahrzeugtyp die Fahrkarte. Für das Sylt-Shuttle behält für die Urlauber natürlich ihre Gültigkeit und kann beim nächsten Sylt-Besuch verwendet werden. Dieses Angebot gilt nur für freie Kapazitäten und ist auch ohne vorherige Reservierung möglich. Auch im Rahmen des Sonderfahrplans zum Biegefest am 21. Februar sind die Gratis-Fahrten möglich. Die letzte Abfahrt von Sylt geht an diesem Tag um 21.25 Uhr.